so eine wunderschöne guten tag und guten abend natürlich hier ist der christmasse germany am start heute ist leider noch nicht meine paket angekommen verstehe ich ja wohl nicht obwohl es ja heute gerne mal sehen innerhalb von 21 stunden da also seit gestern wohl und ja ich habe ja auf jeden fall gespielt also bestellt hier auf 4 auf amazon und vor dem hier dieser arbeitsspeicher da für mein pc holen und ja und es ist ja überhaupt nicht angekommen also verstehe ich nicht wenn es im morgen nicht ankommen dann ja werde ich auf jeden fall nicht zu bord haben ja melden das gibt aber nicht und übrigens habe ich natürlich noch hier den alten ihr arbeitsspeicher von corsair und xms 3 heißt die sehr geil und von ddr3 also das ist das gleiche gut nur dann mal eine kleine information heute rein und ja viel spaß und wir hören uns dann